Endlich, Breaking News, nach 15 Monaten hat das erste Mal die Fed die Zinsen nicht mehr erhöht, sondern offiziell die Zinspause eingeleitet. Der Markt sollte eigentlich positiv darauf reagieren, weniger Zinsstraffung. Der Bitcoin hingegen ist daraufhin erst mal 5% runtergecrashed. Und das, während der Dollarindex angestiegen ist, Starts an deinen Renditen angestiegen sind und der S&P 500, also die traditionellen Märkte, sich gar nicht so sehr bewegt haben. Warum? Was ist da los? Ist das nicht eigentlich positiv für Risikoassets wie als auch den Bitcoin? Und was hat das alles mit der überliegenden These der wiederkehrenden Inflation zu tun? All das in der heutigen Folge Crypt News. Falls du nur auf dem Kanal bist, hier findest du alles rum, das Thema Crypto-Währung, Makroökonomie und Wirtschaft. Wir sprechen im Video heute über das FOMC-Meeting, wie es dazu gekommen ist, dass der Bitcoin jetzt gecrashed ist, was dazu geführt hat und warum das Meeting eigentlich eher bärisch als bullisch war, obwohl die Pause eingeleitet wurde. Vorher Krypto-interne News und am Ende meine Trades, meine persönliche Kursprognose, wie ich das Ganze handle. Ich würde sagen, let's do this! Ja, liebe Freunde, da bin ich wieder. Erstmal grüße ich Ihnen raus an jeden, der beim Livestream dabei war. Wir haben das FED-FOMC-Meeting gelivestreamt, wie seit über einem Jahr, jedes Mal immer wieder. Und tatsächlich war es dieses Mal soweit, die Zinspause war da. Bevor ich jetzt mit dem Video anfange, erstmal zur Strukturierung des Ganzen. Wir sprechen wie immer erstmal über Krypto-interne News. Da geht es zu Beginn erstmal kurz wieder um Binance, denn Binance steht vor einem gigantischen Vorwurf, sie sollen angeblich Bitcoins verkaufen und damit dann BNB, den eigenen Token, kaufen aktuell. Was steckt hinter diesem Vorwurf? Schauen wir uns an, dann sprechen wir über die sogenannten Hinman-Dokumente in Sachen Fall SEC vs. Ripple und was Ethereum dort für eine Rolle spielt. Dann kommen wir zum FOMC-Meeting. Ich erkläre euch kurz zusammengefasst, was ist da passiert, warum ist dieses Meeting so bärisch ausgefallen, wie es eigentlich war. Und danach sprechen wir über die Dekorrelation, die der Bitcoin aktuell mit den Aktienmärkten hat. Denn seit ungefähr April sind die Aktienmärkte am Ansteigen, sind jetzt knapp seit April über 6% im Index im S&P 500 angestiegen. Einzelaktien natürlich deutlich mehr, der Bitcoin ist aber abgefallen. Und was diese Dekorrelation historisch betrachtet für den Bitcoin bedeutet hat. Und ganz zum Schluss gibt es natürlich wie immer meine Einschätzung vom Markt aktuell. Heatmaps, warum wir runtersliden, wie viele Liquidationen aktuell ausgelöst werden und wie ich persönlich die Situation einschätze. Ich würde sagen, fangen wir an mit BNB. Da gibt es jetzt nämlich aktuell sehr, sehr schlimme Vorwürfe aus der Szene, aus der Community. Und zwar geht es um die Price Action auf Binance, auf der Börse selber. Dort bezeichnet der Twitter-Nutzer Joe Consorti das Ganze als ganz, ganz viel enormen Verkaufsdruck auf Bitcoin im USDT-Paar Spot. Also echte Bitcoins. Das seht ihr hier in Form des CVD, der hier am Abfallen ist. Also das Delta von verkauften Bitcoins. Einfach gesagt, unterm Strich, mehr Bitcoins-Spot verkauft als gekauft. Gleichzeitig das Delta, das CVD von BNB, dem hauseigenen Token von Binance, am ansteigen. Und das, obwohl aktuell die Börse unglaublich viele Vorwürfe hat. Den Fall gegen die SEC und so weiter. Interessant ist auch das Timing von dem Ganzen, denn es passiert bei einem Bereich, bei dem bei Binance aufgrund eines Exploit-Hackers 200 Millionen Dollar an BNB Liquidationen passieren müssten, wenn sie drunter fallen würden. Also dass Binance diese Liquidation versucht zu retten, damit der Token jetzt nicht während der Vorwürfe auch noch am Crashen ist. Und dann gleichzeitig vielleicht sogar ein Bankrun in noch größerem Ausmaß wie bei FTX passiert, weil eben der Token am Crashen ist und das Ganze zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Das kann ich mir vorstellen. Der Vorwurf, dass aber Binance hier Bitcoins von Nutzern verkauft, um sich diese BNB zu finanzieren und dann den BNB-Markt zu pushen. Das ist ein sehr harter Vorwurf und den kann man nicht mit diesem Screenshot von CVDs, nur weil auf Binance, der größten Börse der Welt, mit 50, 60, 70 Milliarden Dollar Volumen am Tag Bitcoins verkauft werden, heißt es nicht gleich, dass diese Bitcoins von Nutzern sind und diese Bitcoins von CZ selber persönlich verkauft werden und damit BNB gekauft werden. Natürlich, die Situation ist sehr skurril, vor allem wenn man sich anschaut, dass auf anderen Börsen die CVDs nicht so aussehen. Aber wir hatten ja so einen Einzelfall auch, als der Bitcoin gepumpt ist, mit BUSD. Falls ihr euch noch erinnert, wo die CVDs auch auf Binance einzig und allein nicht anders waren wie auf den anderen Plattformen und ich damals schon darauf hingewiesen habe, das ist merkwürdig. Und auch das, da würde ich zustimmen, das ist auf jeden Fall merkwürdig, aber es reicht nicht dafür aus, hier einen Vorwurf zu leisten. Was aber noch merkwürdiger ist, ist, dass Binance, also CZ selber, darauf eingegangen ist und das Ganze rezitiert hat und geschrieben hat, Hey, wir, also das ist FAT, Binance hat keine BTC oder BNB verkauft, wir halten sogar noch FTT und es ist reiner FAT. Und da finde ich tatsächlich, dass CZ hier selber darauf eingeht, besorgniserregender als die Charts an sich. Kommen wir zum nächsten Thema, die Hinman-Dokumente. Ganz simpel gesagt, worum geht es dabei? Es geht dabei um interne Chatverläufe eines SEC-Mitarbeiters Bill Hinman, der in der Kryptoabteilung gearbeitet hat und der auch maßgeblich zum XRP-Case beigetragen hat, ob jetzt Ripple ein Wertpapier ist oder nicht. Ethereum wurde ja nicht als Wertpapier bezeichnet von der SEC, Mitte der Begründung, es ist ausreichend dezentral. Was jetzt in diesen Dokumenten eigentlich Relevantes rausgekommen ist, ist, dass Ethereum weiterhin nicht als Wertpapier klassifiziert werden wird von der SEC wahrscheinlich und auch bisher nicht als Wertpapier klassifiziert wurde und das nicht nur von Hinman, sondern auch von anderen SEC-Mitarbeitern. Das ist eigentlich etwas Positives für Ethereum. Außerdem, dass die SEC sich damals scheinbar Hilfe gerufen hat und zwar Vitalik Buterin, den Founder von Ethereum, angerufen hat und ihn dazu ausgefragt hat, in was für einem Verhältnis die Ethereum Foundation zu Ethereum steht in Sachen Dezentralisierung. Das wird jetzt von vielen Ripple-Supportern als der Punkt gesehen, wo, hey, das ist eindeutig, Vitalik Buterin ist verwickelt in Korruption mit Bill Hinman und die wollen einfach nur XRP-Scheitern sehen. Weiß ich nicht, ob man das jetzt einfach nur von der Nuance ableiten kann, dass die halt Vitalik gefragt haben, ey, wir haben den Kontakt, erzähl uns doch mal was. Wie beschreibst du das denn, wie die Ethereum Foundation mit Ethereum fungiert? Was aber eindeutig ist, und das möchte ich auch gar nicht abstreiten, ist, dass die SEC viel zu uneindeutig ist, dass sie Klarheit schaffen müssen und sollten bei Ripple, bei Ethereum, bei allen Kryptowährungen. Am Ende des Tages ist es aber meiner Meinung nach ein großer Nothing Burger, also nichts wirklich Relevantes. Hier ein guter Tweet, der das Ganze relativ gut zusammenfasst von auch einer sehr bekannten Persönlichkeit aus dem Cryptospace, der sagt, Ripple hat so hart dafür gekämpft, dass die Hinman-E-Mails veröffentlicht werden, doch die substanziellste Information aus ihnen bezieht sich darauf, dass Ethereum 2018 kein Wertpapier ist und dass die SEC mit dem CEO von Ethereum gesprochen hat, um Klarheit zu schaffen. Und hier noch ein Bild von Vitalik. Kommen wir jetzt aber zum FOMC-Meeting. Ich versuche das Video wirklich so kurz und knackig wie möglich zu halten, damit ihr die Infos so komprimiert wie möglich habt und zwischen Signalen und Lärm unterscheiden könnt. Ihr wisst ja, die Videos auf dem Kanal sind 100% kostenfrei, dementsprechend würde mich kostenlose Support in Form eines Likes freuen. Ich schalte auch keine Werbung darauf, damit ihr nicht davon genervt werdet, zwischen den Videos, vor den Videos. Ich könnte Werbung schalten und vermutlich gehen wir dadurch Zehntausende von Dollar flöten, mache ich aber bewusst nicht. Der einzige Weg, wie ihr diesen Kanal unterstützen könnt, ist, indem ihr gerne einfach mal die Börse BitGeld ausprobiert, ist Top 5 vom Volumen her, ist unten verlinkt, könnt mit Euro ein- und auszahlen und ihr spart 20% Gebühren plus, habt Einzahlungsboni per Link in der Videoschreibung und ihr unterstützt diesen Kanal, weil ein Teil der Gebühren von der Börse, die ihr beim Handeln benutzt, an mich gehen statt an die Börse. Ich denke, es ist Win-Win für alle. Ihr kriegt eine gute Börse mit Gebührenersparnis, mit Bonis und Content auf meinem Kanal in Form von Tutorials und unterstützt den Kanal, der so kostenfrei ist. Endlich hat die FED die Zinsen pausiert, nach 15 Monaten das erste Mal und eigentlich müssten das doch gute Neuigkeiten sein, aber ich habe es ja schon gezeigt, der Markt, vor allem der Kryptomarkt, hat nicht positiv darauf reagiert. Und der Grund dafür ist, wie ich schon vorher getweetet habe und wie ich auch im Livestream gezeigt habe, nicht die Pause an sich, sondern der neue Dotplot. Der Dotplot, das ist das, was ich hier gepostet habe. Ich habe es geschrieben, das ist wie gesagt, bevor das FOMC-Meeting rausgekommen ist. Genauso wichtig wie die Zinserung oder Pause heute wird auch die Aussicht der FED für das restliche Jahr mittels des sogenannten Dotplot. Aktuell geht der Markt davon aus, dass sich der Dotplot in Richtung mehr Straffung entwickelt. Und das hier war der Dotplot, bevor das Meeting rausgekommen ist. Das heißt, die Mehrheit der FED-Vorsitzenden ist davon ausgegangen, dass die finale Zinsrate für 2023 bei 5,125% liegen wird. Jetzt aktuell hat sich das Ganze aber nach oben verschoben und wir hatten hier drei verschiedene Szenarien. Den Dove-Schock, das höchstwahrscheinlichste Szenario und ein hawkish Surprise, was hier negativ wäre. Also straffer, so wie es erwartet ist, leicht angehoben oder so geblieben wie vorher, was positiv wäre. Weil dann würde das bedeuten, wir haben das Maximum erreicht und jetzt ist tatsächlich der Pivot da. Nicht nur die Pause, sondern auch die Wende. Und die Wende ist ja das, worauf alle Marktteilnehmer erwarten. Aber wir haben tatsächlich weder den Dove-Schock noch das wahrscheinliche Szenario bekommen mit der leichten Erhöhung, sondern das Szenario bekommen mit der starken Erhöhung. Und jetzt zeige ich euch mal den Dotplot, wie er jetzt rausgekommen ist. Und ihr könnt sehen, die Zahlen stehen hier rechts 5,5. Wir sind mit dem Median über der 5,5-Linie. Das heißt, eindeutig von 5,125 hochgehoben in diesem 5,6er, 5,5er Bereich. Da sieht die Fed Ende des Jahres den Leitzins. Das heißt, mindestens 50 Basispunkte, noch mehr Zinsen, noch mehr Erhöhungen, die jetzt zwar noch nicht da sind, wir haben jetzt zwar die Pause, aber es bedeutet, es werden wahrscheinlich noch Erhöhungen kommen. Und damit hat der Markt eben nicht gerechnet. Und deshalb ist der Markt runtergecrashed. Wie bereits erwähnt, der Aktienmarkt deutlich geringer als der Kryptomarkt, was für den einen oder anderen vielleicht überraschend scheint. Denn aktuell ist der Bitcoin stark am Dekorrelieren. Es passiert endlich die Correlation von Bitcoin vom Aktienmarkt, aber leider in die Richtung, in die wir es nicht haben wollen. Und zwar nach unten statt nach oben. Ihr seht es hier, ich habe es hier markiert, seit ungefähr Mitte, Anfang April ist vor allem seit dann stark. Eigentlich hat das Ganze relativ früh angefangen, seit dem Bottom, seit FTX Crash. Der große US-Aktienindex S&P 500 ist am ansteigen. Knapp, und das ist schon relativ viel für einen Index hier, knapp 8,5 Prozent, während der Bitcoin am Abfallen ist. Knapp 5 Prozent seitdem. Wenn man hier auf den Bitcoin-Kurs schaut, das letzte Mal, wo der S&P 500 auf diesem Stand war, dann könnt ihr ganz klar sehen, wenn ich hier mal eine Linie setze, mache ich einfach mal jetzt hier live, zack, da war der Bitcoin das letzte Mal, seht ihr hier links, bei 43.000 Dollar. Jetzt ist die Frage, wird der Bitcoin hier hochschießen oder wird der S&P 500 runterschießen? Ich denke, das kann euch keiner beantworten, weil keiner von uns eine Glaskugel hat. Was ist der Grund dafür, warum der S&P 500 so nach oben am Schießen ist? Da werfen wir einen Blick in die Assets, die am meisten dazu beigetragen haben, dass der S&P 500 aktuell so stark am Rallyen ist und das sind insgesamt sieben Aktien. Sieben Aktien sind dafür verantwortlich, dass der S&P 500 sich in einem kleinen Mini-Bullenmarkt befindet und das sind ausschließlich Tech-Stops und all das hat etwas mit der AI-Rallye, mit dem Künstlichen Intelligenz-Hype, den wir aktuell haben, zu tun. Ohne diese Aktien wäre er nur 1,4% oben. Hier ein erschreckendes Bild zu der Situation. Ihr seht hier einmal im Jahr 2000 diesen orangenen Ausschlag und dann in blau diesen Ausschlag hier in 2023. Das sind die Referenzen in den News, in den Stichwörtern Internet und AI. Die Internet2000, Dotcom-Bubble und AI2023. Das ist schon sehr beängstigend, wenn man sich das Ganze in Kontext mit den Gains anschaut. Welche Aktien machen das eigentlich aus? Und dann noch mit diesem Bild, wie andere Risikobereiche am Abfallen sind, während hier der Markt am Ansteigen ist. Was für mich eindeutig darstellt, dass das Ganze nicht nachhaltig ist und wahrscheinlich die Rezession und der rezessive Crash auf jeden Fall kommen wird. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zu meiner Kursprognose und meinen Trades kommen, noch einmal abschließend ein kleines Makro-Update. Was passiert als letztes? Ich habe darüber gesprochen. FED-Pause. Keine Veränderung zum Quantum of Titaning-Programm. Eine interessante Sache, die mehrfach erwähnt wurde, einmal am Anfang und am Ende ist, dass erstens die FED-Teilnehmer, also Vorsitzenden, keine Zinssenkungen in diesem Jahr sehen und vor allem auch alle sich der Meinung sind, es muss noch mehr Zinserhöhungen geben. Außerdem hat die FED ihre Projektion für BIP-Wachstum und Arbeitslosigkeit etwas angepasst. Die sind ein bisschen optimistischer. Nichtsdestotrotz sieht es für mich immer noch nach Rezession aus. Wenn wir in den Kalender einfach mal reinschauen, dann seht ihr, wir haben auch die PPI-Daten bekommen. Die sind bisher auch niedriger ausgefallen als erwartet und ich werde und gehe auch weiterhin davon aus, dass wir im nächsten Monat in den Inflationsdaten, die im nächsten Monat am 12. Juli rauskommen werden, auch dort einen Abfall sehen werden in der Inflation, weil einfach im letzten Jahr im Juni die Monatsinflation so hoch war und die Rate der Veränderung auf den letzten Juni eben jetzt nicht mehr so hoch ist, aber trotzdem im positiven Bereich. Und danach wird das Ganze wieder ansteigen. Bis dahin relevant für uns vielleicht der Final GDP, also nochmal die BIP-Einschätzung final in Sachen Rezession. Unemployment Claims, falls da etwas Besonderes, also ein Ausschlag nach oben passieren sollte, gehe ich aber eher nicht davon aus. Es wird irgendwann passieren, ist eine Frage der Zeit, aber muss jetzt nicht im Juni schon passieren. Das heißt, wir haben jetzt das Ereignis aus dem Weg genommen, den Hauptkatalysator für Marktbewegung im Juni. Mehr gibt es da jetzt aktuell nicht. Deswegen lass uns doch einen Blick in den Kryptomarkt werfen. Der ist nämlich gerade langsam, aber sicher hier am Runtersliden. Unsere bärische Struktur hat sich so bewahrheitet. Wir haben die 24.800 Dollar berührt. Jetzt ist die Frage, wie geht es hier weiter? Ich habe noch ein paar Profite genommen in meinem überliegenden Short Trade, den ich noch offen hatte. Glückwunsch an jeden, der dort auch die Profite genommen hat. Wir sehen, das Funding ist jetzt aktuell leicht negativ. Bevor ich aber auf den kurzfristigeren Chart eingehe, ein Liquidationschart, der vielleicht auch interessant zu beobachten ist und zwar nicht nur die letzten 12 Stunden oder 7 Tage, sondern mit Daten der letzten 3 Monate. Und da sehen wir ganz klar, hier war ein großes Liquiditätscluster, was nochmal angetestet wurde und das geht auch weiter runter. Bis 24.200 Dollar hin und dann nochmal 22.600 bis 21.600 Dollar hin. Wenn wir jetzt auf die letzten 12 Stunden aber schauen und das ist jetzt der kürzere Timeframe und hier einfach mal ein bisschen reinzoomen, dann seht ihr, dann haben wir eher noch mehr Long Positionen. Auch hier hat sich ein kleines Cluster gebildet nach dem Crash im unteren 24.800 Dollar Bereich bis 24.600 Dollar Bereich, wo wir nochmal runter crashen könnten. Aber das Interessanteste daran ist, dass wir eben hier diese Buy Wall berührt haben, die wir ja so antizipiert haben. Die ist jetzt einfach weg und wir sind durchgerattert mit viel Volumen und jetzt ist hier eigentlich Luft. Das heißt, es kann sein, dass wir eine kleine Aufwärtsbewegung, eine kleine Korrektur sehen, aber dann weiter nach unten. Zumindest erstmal hierhin, wo sich das jetzt erstmal weiter verlagert hat. 24.000 Dollar, also genau 1.000 Dollar weiter runter. Mal sehen, ob da wirklich Interesse, Kaufinteresse besteht oder ob das alles nur Schall und Rauch ist. Der Bitcoin ist jetzt jedenfalls eindeutig unter das Bull Market Supportment ausgebrochen, unter 200er Weekly Moving Average ausgebrochen. Und wenn die Wochenkerze hier drunter schließt, dann ist unser negatives Momentum vorerst besiegelt. Aber war es sowieso durch die Struktur und ich habe euch das seit Wochen schon erzählt, während alle anderen noch bullisch waren. Man muss das natürlich immer nuanciert betrachten. Man muss immer seine Invalidierungsbereiche setzen und sein vernünftiges Risikomanagement ausführen. Ich hoffe, ihr konntet das so machen. Der nächste Pivot-Bereich potenziell wäre einmal hier sowieso jetzt bei diesem Bereich hier. 25.000 bis 24.800 Dollar, danach 24.300 bis 200 Dollar und danach erst 22.000 Dollar Area, wo man theoretisch eine Long-Position wieder eingehen könnte oder die Short-Position schließen, den Bias wechseln. Deswegen Pivot-Bereiche nach oben hin. Wie gesagt, solange wir nicht über 27.200 Dollar ausbrechen, brauchen wir gar nicht erst über bullisches Momentum sprechen und erst bei 28.300 Dollar, wenn wir hier einen Ausbruch drüber schaffen, können wir darüber sprechen, dass wir vielleicht nochmal in Richtung 32.000 oder 36.000 Dollar gehen. Deswegen, die bullischen Targets sind aktuell nicht wirklich relevant. Natürlich, wenn wir jetzt plötzlich eine massive Gegenbewegung sehen, kann man sich dazu entschließen, eine Gegenposition einzunehmen, aber das hängt dann von der Situation ab. Und so behandle ich den Markt so lange Short weiter mit. Den Markt runterreiten, bis das Ganze in die entgegengesetzte Richtung geht und dann einfach in die entgegengesetzte Richtung. Falls ihr da Interesse habt, wie meine Strategie da genau aussieht, auf meinem Kanal verlinkt in diesem Video. Risikofrei von 100er Hebel profitieren. Das ist kein Clickbait. Es geht nicht darum, mit 100er Hebel in Position reinzugehen, sondern die Position immer auf und ab zu skalieren und dann erst den Hebel hinzuzufügen, wenn gar kein Liquidationsrisiko mehr besteht. Falls ihr das nicht verstanden habt, könnt ihr euch das Video angucken, dann werdet ihr es verstehen. Ich würde sagen, das war es jetzt. Das Video ist jetzt auch wieder 20 Minuten lang, obwohl ich mich kurz halten wollte. Ich hoffe trotzdem so viel Mehrwert wie möglich. Dementsprechend ein Like würde mich freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace!